Musik Guten Tag, Servus, Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Part Nummer 11 Ja, wir sind hier im Erdpergamenton Lobby heißt es Und wir haben beim letzten Mal eben diese 5 Kugeln ja bekommen alle zusammen Alle zusammen bekommen, um in diesen Tempel reinzukommen, denn hier ist eine riesige Schildkröte als Boss Und den müssen wir anscheinend besiegen oder so, oder keine Ahnung Erdpergamenton Tempel Tour 2, Panzer der Erleuchterung Komm, schauen wir uns an Für den kreativen Geist spiegelt sich in jenen Felsformationen die Gestalt des Erdpergamentons selbst Und so verehren viele fromme Koopers seinen segensbringenden Panzer Genau an dieser Stelle Der Panzer des Erdpergamentons soll sogar noch härter als dieses unzerstörbare Fels sein Ich habe, äh, Toad Bruder Sieht dieser Fels verdient nach dem Erdpergamenton aus, Mario? Für mich ja eher nicht Ja du, das ist... Wieso bist du eine Spinne? Was fällt dem ein? Das geht so nicht, ne? Bin hier, okay Okay, aber dann ist das Erdpergamenton wohl... Hart Verischt Okay Wehrhafte Gottheit Nächste Tour Diese klauenförmige Fuche soll aus einem epischen Kampf des Erdpergamentons und... Hey, wenn das wirklich du bist, Mario, dann musst du mir helfen Bruder 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 Achso, drauf springen Ja, okay, komm raus hier Was ist denn mit dir passiert? Oh, viel toll, viel, viel Dank Ich war es nicht Na gut, vielleicht war ich es doch Vielleicht habe ich ein paar Kabel und Zahnräder und so draus gerissen Als ich da drin war Ach, wirf einfach ein paar Münzen ein Dann sage ich mein Sprüchlein auf Okay, machen wir noch mal Mal sehen, wo war ich stehen geblieben? Ah, richtig Man nimmt an, dass diese riesige Fuche vom Erdpergament unterlassen wurde Aber, und das ist sehr wichtig Es heißt auch, dass ein Klauenhieb sein schwächster Angriff war Okay Das, was einem so richtig zusetzt, sind wohl die Felsen dir spuckt Also besser mal drauf achten, würde ich sagen Oh, Mama Ich werde so sterben Ich werde so game overgehen Steiniger Pilgerpfad Ui Der folgende Abschnitt wurde dir Authentizität wegen in seinem ursprünglichen Zustand belassen Vorsicht, unebener Boden Okay Äh, das stimmt was nicht Ja, ich wusste es Ihr könnt mir gar nichts Ich wollte doch nur das Erdpergament dann sehen Schöner Schlamassel Ich will das jetzt eigentlich nicht sehen Weil das ja böse ist Und ich, oh Gott Oh nein Noch viel mehr Toads Äh, wo ist der eine hin? Wo ist der eine hin? Ja, guten Tag Vielen Dank, Mann Jetzt kann ich ja nicht zu meinem Strand mit älteren Exvisiten und extra günstigen Zubehör zurück Ich stehe direkt draußen vorm Tempel Komm vorbei, falls du Zubehör brauchst Ja? Alles klar Wir müssen auch noch nach Tautorn wegen dem Museum oder so Oder den Laden Weißt du, ich habe mein Buch über sowas gelesen Aber ich war trotzdem nicht bereit, als es dann mir selbst passiert ist Okay, aber uns fehlt trotzdem ein Toad Nein, nicht du Wo ist der Toad? Da fehlt irgendwo einer Da sind drei raus Da! Ja, komm her, du Blöder Was fällt dir ein? Ach, gerade jetzt, wo ich in Sachen Krabbelkäfer den Bogen raus habe Ich hatte ein tolles Versteck gefunden Wem muss ich dem nächsten Pilger einen gehörigen Schrecken hätte einjagen können? Ja, ja, ich habe dich Ich habe dich gefunden Wir haben jetzt eigentlich 5.80 Ja, das sieht doch gut aus Aber überall sonst Ach so, ne, das ist der Tempel Äh Gibt es da dann überhaupt noch irgendwie was? Bitte an unsere Besucher Das könnte ich ja abbildlich bemalen Ablaufen und dort zu lange betrachten Ich glaube, da passiert nichts, wenn man es zu lange betrachtet, oder? Ich glaube nicht Okay Äh, 50 Münzen Machen wir mal Hier sehen wir ein Abbild des Erdpergamenton in seiner ganzen Pracht Auch wenn er selbstverständlich vollkommen unbezwingbar ist, möge man sein Schwänzchen beachten Oh, du, du, du In gewissen Legenden wird sein formidables Hinterteil als nicht komplett unbesiegbar beschrieben Es ist diese Kombination aus großer Macht und großer Schwachstelle Die ihn so allerseits beliebt macht Und damit ist der letzte Teil dieser Tempeltour beendet Wir erwarten ihre großzügigen Spenden Hat das jetzt was gebracht? Wie ist hier schon Schluss? Ein bisschen enttäuschend, oder? Hm, könnte etwas albern sein, aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal versuchen Liebes Erdpergamenton Wenn du mich hörst, könntest du vielleicht so gnädig sein, den Felsenkram auf unserem Weg zur Luftschlange beiseite zu räumen Wir danken dir für all deine Gaben Und hoffen auf deine schildkrötige Unterstützung Tja, das hat nicht geklappt Jetzt würdest du mir etwas beinig, dass ich es versucht habe Oh, du guckst, wie es aussieht Mare, tu irgendwas Du, wir können immer noch draufklopfen Da aber glaubt nicht, da ist nix mehr, ne? Gut, dann klopfen wir halt da drauf Und noch mal, und noch mal, und noch mal Ups Du hast Erdpergamenton einfach umgeworfen Ich meine, hoffentlich sind wir jetzt nicht verflucht Wie wird man so normalerweise für das Verwüsten einer heiligen Städte bestraft? Du, wir gehen einfach Geh, dass du mir so da zieht, ist hier plötzlich total Oh, oh Oh, oh Ah, die Höhle geht noch weiter Jetzt bin ich aber mal gespannt Und werfe einen Blick hinter die Kulissen Wie aufregend Ich würde trotzdem noch gerne irgendwie einen Schatz-Mini Einen Fragezeitenblock und Löcher finden Aber das haben wir bis jetzt irgendwie noch nicht Geht's jetzt irgendwie runter? Aha, okay Und da ist ein Speicherblock Okay Überall irgendwie gegenklopfen Nicht, dass irgendwas ist Geht das wieder runter? Ja Muss immer unten gucken Da ist ein Loch Okay Habe ich's? Nein, okay Jetzt aber Und es hat jetzt was gemacht? Es war 9%? Wie lang geht denn das hier noch? Da muss ja noch lang gehen Oh, ein Herz Ich dachte schon, ich stehe ich dir jetzt drauf Ne, alles gut Würde ich, das haben wir gerade ein Herz bekommen Jetzt haben wir sieben Leben weniger Ui Oh, seht ihr das an? Ui Ui Wie bist du Zelda-like? Das ist viel beeindruckender als alles, was wir bisher gesehen haben Nein Ich muss ihm unbedingt ins Maul klettern Äh, klingt das komisch? Egal, los geht's Ganz nebenbei Und ich hoffe, ich beschwöre ich sie damit nicht Wir haben schon lange keine Fallscher mehr gesehen Was sagst du das auch? Oh, Cooper Ich glaub's ja wohl nicht Cooper Oh yeah Ach du Scheiße Die haben jetzt schon wieder Abstand Check this Ne, das bringt auch nichts Ich feuere mich jetzt stark an 460 Jawoll Jawoll, mehr, mehr, mehr Komm, komm, komm Stark, jawoll Okay Ach, das hat mir jetzt Ringzüge gezah- So funktioniert das Okay, wir machen die Glauben Schaffen wir das jetzt? Oh nein Stopp, 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 stopp Schon wieder asynchron Hi Jungs Hopp Ach lol Ja, das ist natürlich von Vorteil Dann die Und die letzten sind auch möglich Jetzt müssen wir nur die One hiten Ja, das geht Das geht Okay, gut, 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 gut Ja, das haben wir safe Das haben wir easy Jetzt haben wir nur auf den Panzer springen Das ist wie ein PMCS Zack Oh yeah Okay, eindeutig müssen wir ein bisschen eindeutig mehr anfeuern Das ist echt von Vorteil So, und wir haben ja so viele Mützen zu testen Für das, ne Ähm, gibt's jetzt hier irgendwie Irgendwas, irgendwo Geht's da irgendwie lang? Da geht's lang Aha, okay Würde das wir Schaden genommen haben gerade Das war ein PMCS ohne Qual Mein Gamepad funktioniert ja nicht wirklich Oder hat damals nicht wirklich gut funktioniert Mit dem Joystick her Und der Mario ist schon mal von selber ein bisschen gelaufen Oder manchmal nicht gelaufen Und da gab's ja dieses Level mit so einem Tempel Mit auch so, mit auch so Zacken Äh, das war richtig kein Aber deshalb, ich hab das so lange gebraucht Mit einer Softgame-Auhr gegangen Das war so ne Hölle Ich hab's irgendwie geschafft Mit einem kaputten Joystick Keine Ahnung, wie hab ich's irgendwie geschafft So, da drüben sehen wir einen Taut Und wir haben es einen Schatz-Mini Haben wir jetzt alle Schatz-Minis? Da gibt's auch drei Okay War jetzt ein Block Äh, 17% Okay Komm her Oh nein, er greift mich als erstes an Oh oh Das war jetzt Das war jetzt viel zu spät Komm, bleib so Natürlich bleibt er nicht so Äh, deswegen würde ich jetzt mal behaupten Dass wir so machen Und dann noch schieben Perfekt Das ist ja nicht mal ordentlich Sagt der eine im Hintergrund So, wir nehmen auf jeden Fall die Stiefel Die sind wieder One-Hit Zack 12, 15, 17 Sogar mit steigendem Schaden Nein, Stopp Das ist da Gut Sind die auch One-Hit? Okay, war exzellent Gut, gut, gut War knapp, aber wir haben noch Wir brauchen auf jeden Fall noch Herz Aber ich glaub, das gibt's vor dem Boss noch Das könnte ich mir gut vorstellen Das wäre nämlich dann schon ein bisschen Betrug So, geht's jetzt hier schon wieder irgendwo lang? Das wollt doch keine Sau Jungs, ich geh noch Game Over Ich sag's nicht Okay, da sind noch mehr Löcher Gut Okay Ach, das führt mich hoch Alles klar Oh, was ist das? Glitzerstiefel? Stärker als Eisenstiefel Aber nicht geeignet für Stacheln Okay Gut zu wissen Alles klar Und damit kommen wir safe runter Ja Und dann ist hier irgendwie ein Toad, hab ich gesehen Von Flap Flaps Ein geknüllter Toad Oh oh Aber sie greift mir nicht an Das ist gut Das ist von Das ist gut Jetzt hab ich mir wirklich aufgepasst Wie die sich geordnet haben Aber Nee, nix aber Ich hab keine Ahnung Anfeiern Helft mir Okay Ich hab noch einen Ringzug Ah Ja so Ach lol Mich hat das Fliegel so irritiert Keine Ahnung Ich komm da jetzt schon hoch nach deinem Panzer, oder? Komm ich Doch, komm ich Doch, sei Dank Ich hab grad mein Handy vibriert Ich hoffe das ist nix wichtiges Muss man auch im Kampf gucken Hopp 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 Aber eher an das Spiel Dass der nach dem Panzer noch hoch springt Ich weiß noch nicht wie das geht Aber finde ich gut Okay Dann haben wir den Toad noch gerettet Perfekt Ich danke euch Ihr habt ja keine Ahnung Wie lange ich hier gefangen war Ich bin der Verwalter dieses Campes Ihr müsstet ihr wissen Mein nur aus der Erinnerung Rea das kündliches Abbild war Verbesserungswürdig Also kam ich hier Um das Original zu suchen Gut Eigentlich interessiert mich nur Wie viele Münzen ich damit machen kann Doch hab ich hier deshalb Den Angriff dieser Flap Flaps verdient Hm Wahrscheinlich schon Naja Sei vorsichtig auf deinem Weg Nach draußen Mario Alles klar Du kannst überhaupt nicht mehr Alle Toads Das ist ja schon mal schön Dass man so eine Meldung kriegt Okay Am Handy war nichts wichtiges Wir gehen jetzt da Ich will da hoch Ich will da hoch Denn da oben ist noch was Aber ich find's echt geil Mit den Toads Dass wir die gerechnet Dass wir die alle haben Ach da kommen wir gar nicht hoch Oder halt noch nicht Natürlich Ich geh noch Game Over Ich sag's euch Wenn ich nicht sofort Herzen krieg Ich bin so schlecht Im 3D Steuern Das hat man in 3D LLP Von den Tobi gesehen Also in 3D würde ich ein Galaxy Kriege irgendwie hin Aber Das ist auch schon knapp Ja Ein Hammer Ein Glitzerhammer Stärker und steilischer Als der gewöhnliche Alltagshammer Ja das ist natürlich nice Und da ist ein Und da ist ein Bowser Bowser Bäh Wie soll ich da weiterkommen Ach du scheiße Ist es close Okay Da ist irgendwie was Oder auch nicht Da ist irgendwas Guck mal es schließen Ähm Da geht's auf jeden Fall rein Und da ist ein Loch Und jetzt Ich hatte jetzt einen Felsen Es ist mir aber irgendwie komisch Fandest du nicht auch Hä Ach lol Oh Ehre Gut Da hat das Oliver sogar was gebracht Dankeschön Äh Kann man da nicht Vielleicht noch nach links Nein Stimmt Okay Okay Dann geht's hier wohl weiter Und da ist noch ein Loch Und da ist ein Bitte Herzen Bitte Bitte Was für Geld Was bringt ihr Geld Was kommt jetzt Ein Felsbrocken Oh Boah Nein Bitte nicht Bitte nicht Da unten Da unten ist was blaues Warum ist da unten was blaues Könnte nicht so bleiben Dort ist einfach Wenn wir zwei haben Ja wir haben zwei Zack Und Na What Was Ah ne Passt trotzdem Passt trotzdem Passt trotzdem Alles gut Alles gut Wir haben ja noch einen Hammer Ach ich muss ja noch ausrüsten Das Glitzerzeug ne Das muss ich auf jeden Fall vor dem Boss noch machen Ja So Und jetzt Nein 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 Oh Mein Gott Danke Wir haben ja nicht schon gebrockt Nur langsam Was eng So Jetzt bringen wir es zu Ende Ja 13 HP hab ich noch Zack Thanks Thanks Okay Ja und ist trotzdem was blaues Ne Ich nehm den Pilz Ich nehm den Pilz Ist mir zu blöd Ich hab Angst Äh Jetzt noch auf Wichtig Ne Da Glitzerstiefel Die packen wir einfach mal rein Wir müssen uns noch nicht benutzen Ne Weil Da Schildkröte Boah Jetzt kommen sie uns noch mit Feuer Was ich sagen will ist Bitte seid vorsichtig Und wenn es dir nicht gut geht Drück sofort Y Und setz dein Item zur Heilung ein Du Das hab ich schon ein paar Mal gemacht Falls du nicht gemerkt hast Wollte ich nur mal anmerken Da ist ein Panzer Ich hab keinen Bock auf den Kampf Das ist jetzt nicht dein Ernst Jetzt hab ich gerade Pit Och man Ja Trotzdem war davor Was blaues Ich weiß noch nicht was Warum Ich bin so ein Profi In dem Game Das ist nicht normal Ich fall in das Loch In das Loch fall ich Ich geh so game over Ich geh so game over Wie sieht's da aus 64% Alles klar Okay Alles klar 6 HP Gerade hatte ich noch ein Herz Kann ich jetzt nicht noch mit dem Bild einsetzen Und ich hab halt keinen Speicherpunkt Oh Ehrenspiel Oh mein Gott Ist das ein Ehrenspiel Aber warte mal Da links geht's glaub weiter Und da Von da geht's glaub auch weiter Und da ist nämlich ein leeres Loch Genau Ach nee das müssen wir benutzen Weil's da vorne nicht weiter geht Jetzt Okay Schnell Gut Also ich könnte gleich noch abkratzen können Aber das Spiel war Ehre Und hat mir ein Herz gegeben Oh nein Okay Mario Oh 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 nein Wie ein Galaxy 2 Wie ein Galaxy 2 Warte mal Ich kann da doch durch Ich muss doch Hey hey Easy Das kann man hier alles in Ruhe machen Ach lol Das sollten wir sogar machen müssen Weil sonst wäre es eng gewesen Oh geil Und wieder ein Herz Das hat ein komisches Herz Nicht schlecht Du bist zwar schon aus Papier Aber das Ding hat da Haltet dich echt platt gemacht Mario Ich hätte wissen müssen Dass du einen Weg finden Ist gut gemacht Hallo Galaxy 2 Das sind die Knowledge Das ist das Knowledge Okay das ist ein großes Loch Zack Zack Perfekt Ich krieg diese paar Münzen Alles klar Was ist das für ein Glitzerherz KP Max plus 20 Was Das ist ein Herzcontainer Sowas ähnliches Ja Ehre Ui das ist ein KP Max plus Supi Fantastomatisch Ähm und was macht das genau Also ich gerade mal einfach Aber für mich sieht es aus Hättest du jetzt mir ein paar KP Mario Und billige ich mir das nur ein Oder siehst du jetzt auch stärker aus Also diese KP Max plus Dinger Sind ja mal richtig klasse Die sind nice Jetzt haben wir schon 70 Leben Perfekt Dass es jetzt schon kam Wusste ich nicht Ich dachte es kommt nach dem Boss Aber ich wusste dass es bald kommt Aber ich dachte trotzdem Wir schon nach dem Boss Okay Hm So jetzt haben wir hier Ne den haben wir vorher aktiviert Jetzt müssen wir das auf jeden Fall abziehen Damit wir eine Abkostung glaube ich haben So Es geht bestimmt auch runter Oder Ja Und nicht das sagen was ist Okay Wir können doch jetzt nicht schon weiter Wir haben doch Uns fehlt doch voll viel Hä Wir haben es geschafft Na gut Erdpack im Mentor und Statue Mund auf und Augen zu Jetzt kommen nämlich wir Jetzt war das schon kurz Ich muss noch kurz da links gucken Das muss es ja da noch was geben Ich habe doch alles angeguckt Speichern Schnipst aber noch keine Herzen Oh jetzt aber vielleicht Ne immer noch Schnipsel Äh Äh Nur ein großes Loch Wie unspannend Wo ist das Erdpack im Mentor Und wir haben so einen weiten Weg hinter uns Oh oh Warte mal was ist das Oh 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 Nein Ich bin mir noch gefallen Und wir sind da an Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020